Auf jeden Fall, das krieg ich hin. In 40 Sekunden ans finale Statement zu den 200.000. Na wir werden jetzt als Dankeschön die Maske hier verbrennen für... Wie viel habe ich verlangt? 40 Euro? Das ist eigentlich sehr wenig, weil die Maske selber 25 oder so gekostet hat. Keine Ahnung. Das ist doch keine Maske, das ist die echte Haute an den Ohren. Ah Junge, ne, das war aber so staublos. Da wollen wir das alle meinen Kanal deabonnieren. Dann würde ich den Baum nie anzünden. Der Baum darf einfach nicht. Warte mal. Die Leute wollen uns wirklich tot sehen. Ja, ich weiß. Ich glaube die Maske ist doch viel schöner. Jawoll. Oh Junge und 40 Euro. Das macht mich wirklich geil. Okay, jetzt wird die Maske brennen zum Abschluss. Dann ist das Geisteskumpf. Okay, also... Erstmal lesen wir staublos durch. Auch wenn das nicht gut mit uns meint. Du steckst regelmäßig Gegenstände enormen Ausmaßes in den Anus deiner Oma und gibst diese danach dem Barkeeper als Grauknachen. Du wirst aber nicht den Baum anzünden, das ist ja eine Frechheit. LOL. Okay. So. Xeno 40 Euro feiert. Alles klar. Dein Wunsch ist mir befehlt. Naja. 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 Wie gesagt Leute. Ende der nächsten Woche. Geht's weiter mit YouTube bei mir. Ich fass mal an. Okay. ich habe dieses miese maul dann etwas sind dass du es jetzt auch mit oma 6 wir sind die den oberkopf an das war ein schönes special ist noch anders ja hier ja weil die maske loader mit der stehen ja klar stehen das fenster so die maske sie brennt wir sollen das echt ausmachen ja bitte ja ja ich sehe es also das ich muss ich muss das ausmachen das ist egal das springt der gestank sorry das glas aber guck mal wieder an die decke guck mal den rauch an hier ist alles ist alles dunkel ist alles dunkel gesagt ich mache die fans ja die ich mache dir guckt euch die decke an alle guckt euch die decke an das ist das krasseste was ich Was gehts? Boah, Junge! Statement? Statement! Statement? Statement! Alter! So, ähm... Naja... Also ich werde dann mal diesen... Stream beenden. Sagst du noch ein Schlusswort? Ach scheiß doch, mein Leben ist eh nix wert. Jungen... Dieser Gestank? Wo nun? Alter! Naja... Naja... Setz dich doch mal hin nieder! Erzähl doch mal ein paar Worte zum Schluss! Naja... Ich wünsche euch eine gute Nacht! Und... Vielen Darm an euch alle! Für die fucking 200 Zuschauer! Für den Max! Vielen Darm! Also Abos meine ich! Wenn ihr wirklich 2000 Euro für den Baum bietet, dann macht das beim nächsten Mal auch auf Wiederfernsehen! Ja... Das war ja noch mal! Dramatisch! Und dann macht das noch mal! Ja...